So Leute, es geht weiter bei Drayton Guard 3 mit Thors Geschichte. So, sie läuft leider nicht mehr wie ein Zombie, aber was kann man machen? Kann ich mit dem reden, obwohl... Oh, cool. The two of us share a bond even without doing that sort of thing. Yeah, those are some bonds, all right. You be quiet, Gabriella. I don't mean to imply that such acts are bad, Decadus. In fact, I consider it a precious and beautiful thing. And that's why it should be saved for a time when true love blossoms. True love, my lady? So you can only screw if you're an infatuated couple crooning about love all day like two in Cent? They aren't what I mean. Their love isn't... noble. True love is more subtle. It's softer and stronger at its core. Oh, Barf. Did you steal that crap from a greeting card? Oh, what do dragons know about love? But I know you get it, right, Decadus? Of course, my lady. Oh. Oh, he gets something, that's for sure. Oh, God. Such subtle Sadism, my lady. To deny me in the name of true love. I... I can't stand it. Oh. Ich glaube, hat da irgendwas missverstanden. Hm? You need something? I just want to thank you. You've been very helpful lately. Well, I'll be damned. A grateful intoner. I know my sisters take it as a given when others help them. But not me. I have the conscience, and the common sense, to appreciate your help. Nice. Still, you do realize I didn't come here on your account, right? What do you mean? I'm only helping you, because one sent me. Nothing else to it. Well, at least you're honest. It's empty words of thanks, don't you think? Hm. Oh, das hat ja mir wehgetan. Ho, ho. Don't play the princess with me, kid. It'll never work. Ho, ho, ho. So, mag man weiter. So, where to next? We're going to the land of forests, where I intend to have you offer plenty of help on my account, Gabriella. Though, I won't be offering any thanks for it. Wait, was that sarcasm? Really? Oh my gosh, did it hurt? Did you sprain something? I hope you're alright. The land of forests. Forest of light. There she is. The intoner. That horrible maggot. Shit, she caught me. Hang in there. You're still in there. Okay, so. Karte sieht nicht allzu groß raus. Aber die Soldaten, äh, boah, es gibt sicher genügend davon. Ich glaube, die Bogenschnitzen, die ballern schon. Jo, Game The Reader macht das schon. So, ich mach mal Feierabend hier. Ich mach mal ne kleine Pause. Der Drache macht das schon ganz alleine. So wie es aussieht. Nein, natürlich mach ich das nicht. Aber schau mir mal vor genau an. Sie sieht mir schon danach aus, als wäre sie ein Kind. Äh, hallo? Habt ihr ein Problem mit mir? Kommt ihr ab und? Äh. Ich will doch nur mal das Kühnelein hier. Also, die sieht mir wirklich aus, als wäre sie, hm, 14 Jahre zu zöpfen. Okay, vielleicht macht sie die Zöpfe aus. Aber sie ist auf jeden Fall jung, muss ich mal sagen. So. Jetzt sind noch die Bogenschützen hier, oder? Sie ist verrückt. Wir können nicht, wir können sie wegwerfen lassen. Sie ist verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich kenne die Welt. Oh, oh, oh. Ich hasse Bogenschützen. So, Moment. Bombs. Let's do. Bombs. Da sind sie hinüber. Ach so. Aha. Okay. Okay, okay. So. Ich werde noch schnell die Kiste hier verbrückt machen. Äh. Kein Leben vielleicht hier? Bist du so gütlich? Immer noch nicht. Auch nicht. Schade. Hm, schauen wir mal. Hm. Ich sehe keine Küste. Also, gehen wir weiter. Wow. Hm. Da vorne sind wir wieder... Ah, okay. Gabrielle ist schon weiter. Das heißt, wir könnten dies eigentlich skippen. Das nicht mehr. Oh, ich drehe mal eine Runde. Oh, so, die Bogenschütze sind hinüber. Jetzt kann ich ruhig arbeiten hier. Bombs. Oh, da fliehen alle wieder. Oh, da kommen alle schön in die Ecke. Das ist schön. Cool. Danke. Ja, ich lache euch aus, weil ihr einfach bescheuert seid. Ihr seid so lahmert. Dirty Entoner? Ich bin nicht dreckig. Nö, ich habe mich gerade gewaschen. Oh, da gehen wir alle wieder mal schön in die Ecke. Oh, 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 weck her. Oh, 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 oh. Achso, Bogenschützen. Äh, natürlich sind die wieder hier. Ich muss langsam aufpassen. Wegen leben. So, jetzt nicht mehr. Ein bisschen leben. Oh, ich sehe eine Kiste. Okay. Lassen wir die mal. Gabriela macht das schon. So. Ich will jetzt zuerst mal die Kiste holen hier. So. Sehr schön. Was passiert eigentlich mit Aufladen? Okay. Kickt einfach. Wo sind die Soldaten? Hast du noch mehr? Ah, dann sind die auch noch. Boah. Ah, schon wieder diese Bumsitzen. Don't waste your life here. Should we try to surrender? No, you fool. She'll just kill us. Okay, ähm. Ach so, okay. Der Bumsitzen ist weg. Ruhe im Gelände. So, jetzt muss ich mich aber, glaube ich, heilen. Sieht langsam aber sicher knapp aus in meiner Lebenspunkte. Die Zahl der Anzahl. Yeah. Also, ich muss schon sagen, ich bin wieder mal froh, Drinking God 3 beenden zu können. Also, die DLCs. Und ich schätze mal in Zukunft wird es dementsprechend keine Hack'n'Slash-Spieler mehr geben. Äh, es ist... Ich fand die Story okay. Aber Hack'n'Slash... Ist einfach nicht mein Ding. Das hab ich jetzt rausgefunden und... Hab schon gedacht, das geht nicht zu. Okay. Haben wir so Bombenleger? Glaube nicht. Wie sind diese Leute? Abominations created by 3. Are all you sisters nuts? Ich bin nur gefragt. 3 ist... mehr unbalanced als die anderen. Cleaning up after her ist immer so eine Produktion. Unbalanced? Ich denke, die Fähre, die du suchen hast, ist das sch*** insane. Vielleicht. Ich denke, ich bin partially zu blühen für 3. Ich sollte sie helfen. Oh, oh, er macht mir die Bombs. Oh, gosh, hab ich den. Boah, so, da muss ich mal über den Toner-Modus gehen. Um den mal zu zeigen, was eigentlich so richtig rum ist. Äh, dafür schaden, mach ich jetzt den auch nicht. Aber... Ach, nö. Was? Was war das denn jetzt? Hä? Ich schnau es nicht mehr. Ach so, ich habe mich gerade gefragt, wo ist denn das Hände raus? Das ist genau hinter mir. Ich versuche jetzt einmal. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Moment mal. Ach, strange power. Was? Was soll das? Oh, einer ist hinüber. Und nach hinten. Oh. Ich muss mal das Schlachtfelder anschauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das seine Schwachstelle... Oh, er ist tot. Ja. Ich glaube, das war dank dem Brader so. So, schauen wir mal, dass wir den auch noch zähmen können. Oh, ich habe nicht gehört. Darum. Aber ich habe ein Leben gebrochen. Das ist okay. Irgendwas ist im Weg. Ich komme nicht dazu. Okay, Aufladen-Attacke ist okay. Wenn man trifft... Ja, das macht... Damage. So, ich glaube, das war es. Also, nicht von der Mission. Es geht noch weiter. Diese Missionen von... Vor... Die sind extremst... Anders als die anderen. Sie beanspruchen schon ein bisschen mehr Konzentration. Aber das packen wir schon. So, da hinten hat es noch Kisten. Vielleicht ist da noch ein bisschen Leben drin. Ich werde jetzt eher meine Posten nicht verbeugen. Wenn ich das schon machen könnte. Jawohl. So. Volles Leben. Ich habe jetzt nicht gerade mitbekommen. Wieso, dass wir eigentlich hier sind. So, hier gibt es vielleicht noch irgendwo eine Kiste. Ah. Cool. So, Kiste obtained. Noch eine zweite. Ich glaube nicht. Wäre ein bisschen komisch. Ach ne, die Harpien. Nein. Nicht Harpien. Nein. Wir müssen sie töten. Oh. Schätze ich jetzt mal. Ja. Wie ist das? Wie ist das? Oh, sie ist gut. Sie ist gut. Sie sind immer noch mit mir wie Dr. Putner oder etwas. Worm hat eine noble Mission. Sie ist versuchen, dass der Welt eine bessere Form von Regierung zu geben. Sie sollten sie verraten, dass sie sich in dieser Rolle spielen spielen. Da geht es wieder. Vor empty Worten. Let's try it just to make yourself look good. You really are a shrewd, you know that? Well, you're the one who's twisting my words to sound mean and hateful. So who's the shrewd now? Not that a dragon would even know the difference. Yawn. Oh, they wound each other with words and ignore me completely. It's ecstasy. Boah, das Gelänge ist gerade nicht normal. Das ist jetzt echt übel. So, aufnehmen die Ware. Genau, so. Und die letzte Kiste haben wir auch noch gefunden. Und das wäre meines Wissens der letzte Abschnitt hier. Von dieser Mission, also von diesem Vers. Weil nachher ist Feierabend. Da kommen wir nicht mal weiter. Ich schätze mal, es kommt noch so ein Zwischenboss. Schauen wir mal rüber. Nein, es sind einfach zwei Harpien. Gut. Gut, gut, gut. Können wir nämlich in den Zonormodus und machen das mal ein bisschen schneller. Boah, Sandboah. Nein. Ich Harpien hasse. Ich hasse Harpien. Habe ich schon gesagt, dass ich Harpien hasse? Sie können fliegen, ich nicht. Was finde ich gemein? So, jetzt kann er auch nicht mehr fliegen. Was, sind noch so viele Gegner da vorne? Ich hätte gedacht, es sind zwei. Okay, sind es doch ein bisschen mehr. Kommt her. Kommt her. Macht sie kalt. So. Noch zwei Harpien. Was macht denn Gabriela da drin? Sagt mir jetzt aber nicht, dass es verbuggt ist. Ja, sehr, sehr schön. Cool. Ja. Das nennt mich Coolheit, ne? Wieso? Ja. Wieso? Oh, jetzt kommt er runter. Genau, so. Ich habe schon gedacht, ich müsste die Mission noch einfach machen. Ah, das hätte mich jetzt ein bisschen angekotzt. Ah nein, er ist doch noch von seinem Oberhaus runtergekommen und ist gestorben. Sehr schön. Enemies defeated. So. Wir haben sogar alle Kisten. Wir sind gut. Raus hier. Ja. 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 Okay. also vor war in meinen augen in die person die es eigentlich verstanden hat von liebe und sie hat auch versucht zero wieder auf ihre seite zu ziehen das war die einzige von den fünf schwestern und jetzt kommt raus dass sie sozusagen ein gebrochenes herz hatte aber wieso also ich hätte jetzt gesagt sie wäre die normalste schwester von allen aber so wie es aussieht ist dem entsprich vielleicht die kränkteste schwester von allen aber vielleicht finden wir noch mehr raus über vor im dritten vers ja und der werden wir beim nächsten mal versuchen zu bewältigen danke fürs zuschauen und kommentieren wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei trigger 3 force chapter vers 3 euer tat wünscht euch noch einen schönen dach ciao leute